namaste schön dass du da bist um diesen tag mit einer ganz sanften yoga einheit abzuschließen du kannst die übungen auf deiner matte machen oder wenn du magst auch gleich in deinem bett wir beginnen in einer für dich bequemen sitzposition setzt sich hier gerne leicht erhöht auf die kante einer decke oder auf ein kissen und machst dir so angenehm wie möglich und dann beginn damit ganz sanfte kreisende bewegung mit deinen handgelenken zu machen erst in die eine richtung dann wechseln und nimm dabei schon mal war wie fließt den atem jetzt gerade sehr ruhig oder noch ein bisschen schneller leg nun deine hände auf deinen knien ab und bring dein rechtes ohr in richtung rechte schulter und lass von hier aus dein kopf über vorn zur linken schulter kreisen und zurück in richtung rechte schulter mach hier ganz achtsame sanfte bewegung und versuch mal die bewegung mit dem rhythmus von deinem atem auszuführen einatmen über vorne zur linken schulter und ausatmen wieder zurück sehr schön und dann komm jetzt wieder zurück in die ausgangsposition hebt den kopf und dann kommt von hier aus ganz sanft in rückenlage die füße sind aufgestellt und dann bringen jetzt dein rechtes angewinkeltes bein ein stückchen zu dir an hebt den fuß und greift mit beiden händen die oberschenkel rückseite und streck von hier aus dein bein lang nach oben die zehenspitzen zeigen zu dir wenn du magst kannst du auch gerne eine wade greifen oder wenn es angenehmer ist dich auch gern mit dem gurt unterstützen indem du den gurt um deinen fuß legt für eine intensivere dehnung kannst du das linke bein lang ausstrecken schaue einfach mal was ich jetzt gerade gut anfühlt und wenn du deine position gefunden hast dann atme ganz tief ein durch die nase und mit der ausatmung lass alle anspannung des tages los entspann deine schultern dein gesicht dein nacken und noch einmal ganz tief einatmen hier mit der ausatmung beugt dein bein bringen deine rechten arm lang raus deine linke hand geht an ein rechtes knie und das knie lässt du zur linken seite rüberfallen dein blick geht in richtung deiner rechten hand wenn du magst dann schließt hier gerne deine augen und nimm wahr wie fühlt sich den körper jetzt gerade an wenn du merkst dass deine gedanken abschweifen bringen den fokus immer wieder zurück auf deine atmung ganz tief einatmen und ausatmen lass alles gehen einatmen hier und mit der ausatmung bringen den rechten fuß zurück auf die matte stell den linken fuß dazu und von hier aus bringen jetzt deinen rechten knöchel auf dein linkes knie so dass dein rechtes knie nach außen fällt und hier gibt es mehrere varianten du kannst entweder mit den händen ganz sanft die dehnung verstärken oder du hebst dein kopf und griffst die oberschenkelrückseite von deinem linken bein legst den oberkörper wieder ab und verstärkst so ganz sanft die dehnung will hier wirklich die position die sich jetzt gerade für dich angenehm anfühlt kannst auch immer wieder einen schritt zurück gehen dein oberer fuß bleibt aktiv der andere kann gerne entspannen und genieße jetzt diese intensive dehnung in der rechten gesäß hälfte und lass mit jeder ausatmung ein stückchen mehr los einatmen hier mit der ausatmung bringen linken fuß zurück auf die matte den rechten fuß dazu und greife nun mit beiden händen die rückseite von dem linken oberschenkel streckt dein bein lang nach oben wie zehn spitzen ziehen zu dir und will auch hier die position die du auf der anderen seite hattest für eine intensivere dehnung das rechte bein lang ausstrecken entspannen deine schultern und schick deinen atem ganz bewusst in die bereiche die sich jetzt noch fest und verspannt anfühlen und noch einmal tief einatmen hier mit der ausatmung beug dein linkes bein bring den linken arm zur seite rausgreif mit der rechten hand dein linkes knie lass dich rüber fallen zur rechten seite dein blick geht in richtung der linken geöffneten hand und wenn du magst dann schließ auch hier deine augen und bring deine aufmerksamkeit immer mehr von außen nach innen zu dir spür die intensive dehnung in deinem gesamten rücken noch einmal tief einatmen hier mit der ausatmung bringen sanft den linken fuß zurück auf die matte stell den rechten fuß dazu und bring jetzt dein linkes angewinkeltes bein auf deinen rechten oberschenkel der linke fuß ist aktiv und wähle hier die variante die für dich angenehm ist meistens das eine seite ein bisschen fester als die andere und wenn du deine position gefunden hast dann entspann nochmal ganz bewusst dein kiefer nimm mit der einatmung diese intensive dehnung war mit der ausatmung wird ganz weich lass los ganz tief einatmen hier mit der ausatmung bringen rechten fuß zum boden den linken dazu und greif jetzt mit beiden händen deine knie die knie in richtung oberkörper und lass jetzt den becken ganz sanft von links nach rechts kippen gibt ihr noch mal so eine kleine massage für den unteren rücken lösen und deine hände legt die arme neben der ab und streckt deine beine lang nach oben aus bis in die zehenspitzen und sie nun die zehen zu dir an noch zweimal so einatmen die zehen strecken ausatmen zu dir anziehen und ein letztes mal zehn strecken und ausatmen die füße flexen sehr schön greif mit den händen deine kniekehlen winkel die beine an und setzt die füße am boden ab und bring nun deine fußsohlen zusammen und lass deine knie ganz sanft nach außen fallen wenn du magst dann polster dir gerne deine knie mit ein paar kissen und wenn es angenehm für dich ist bringe eine hand auf deinen bauch die andere auf dein herz und nimm hier nochmal einen ganz tiefen atemzug ein durch die nase und lass mit der ausatmung alle anspannung los und wenn du magst dann bleib gern noch einige zeit zu liegen und genieß diese innige verbindung zu dir selbst ich wünsche dir einen wunderschönen abend namaste ich wünsche dir einen wunderschönen abend ich wünsche dir einen wunderschönen abend